das war so ein bisschen Terminator gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein neues Profil ähm jetzt erzählt er gleich noch ein bisschen was dazu ich hab das Spiel auch in meinem Leben Holt zu steht ja schon Holt ey ne 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 Moment Freundchen ihr bleibt erstmal schön hier wer bist du eigentlich weil es gibt es ein Leuchtung oh 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 scheiße, okay damit hab ich nicht gerechnet low walls, du mich auch low walls der fährt, okay okay oh scheiße, der hat mich oh shit oh shit oh wenn ich jetzt durch die Explosionsreise, wenn du da dumpf rumstehst, sterbe, ne dann bring ich dich um, Junge mir geht's nicht so gut, also ich bin krank Julia, bin ich richtig schön angesteckt ah, du kleiner Penner hat er sich doch noch weggebückt so eine Drecksau ich kann's ja verstehen okay da ist auch noch einer hallo, ich bin's der Tod ich hab ne Kamera dabei ich hab schon mal das Smartphone genommen von 1950 okay okay nein, 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 nein hui knapp, ne fuck ich wollte um ah, schlapp oh, mein Nasi sogar im Krieg bleib ich nicht davon verschonen ah, ich möchte eigentlich die B.A.R. so gerne behalten, ne fuck scheiße, scheiße, scheiße tot, okay oh, ich muss mir gerade mal kurz krass oh, oh ich will hier nicht im Gesicht rumrennen immer noch nicht mag ich nicht so gern get to the bunker klar, wenn das jetzt ein 60-Euro-Spiel wäre würde ich sagen, gut, das sind 6 von 10 maximal das, was man hat, macht Spaß ist aber auch schnell vorbei, ne da kommt man im Puffen billiger weg so würde ich das wahrscheinlich auch reinschreiben wenn ich so ne Zeitschrift geschrieben hätte woaa wo ist da oben eigentlich noch einer shit alter das ist nicht wahr alter schon wieder so ne Mission, ne hey ha das ist so hart oh, ich stand noch unten wie ärgerlich Kommission Mission Completed oder? Mission Complete boah wenn ich sofort im Sommerspiel wäre ich kletschnass gespritzt äh, gespritzt ja genau Dennis du bist kletschnass gespritzt kletschnass geschwitzt alter er ist aber richtig boah das ist ein pack mich voll das Spiel, ne aber so richtig hammerhart okay defeat Klaus Müller guten Tag es gibt ja wirklich kleine Bosse Klaus Müller ist defeated steht doch jemand oder ist das der Baum ich bin grad krass nervös, ne also man merkt vielleicht, ich kack mir gleich auch so SHIT oh fuck oh fuck alter scheiße ich werd von die Auge beschossen oh no NEIN das war's ah ah fuck ja ich bin ich bin down oh scheiße okay nochmal komm show me your face PAMS hehehehe hammerschlag genau dat war dat ah warte mal hehehehe komm her komm her und herkommen Frost Konovic Frost Konovic lauf nicht doof durch die Gegend rum ich will dich heilen so meine Fresse so brrrrrrrrrr hehehe geile Mission oh fuck hehehehe oh oh ich werd gerade mal kurz mein mein Höschen etwas äh trocknen boah ich hab mich grad verjagt ja stell dich ruhig dahin dann passiert schon nix Es ist ja nur ein Panzer. Jod. Du klopfst dir die ganze Zeit ruhig. Ich dachte schon, es ist jetzt irgendeine Maschine hier oder so. Geh mal von der Tür da weg, ne? Würde ich dir empfehlen. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Hallo? Ne. Ich soll mir jetzt erstmal alles hier schnüllen ein. Tanks? Tanks? Plural? Okay. Ich wechsle die Waffe. Alter, kannst du mal bitte aus meinem Gesicht rausgehen? Oder lass dich einfach töten. Tot. Warum treffe ich dich nicht? Steht okay, ich habe nur einen Schuss. Oh, Junge. Irgendwas bewegt sich da hinten. Das kann ich mir mit dem Finger drauf zeigen. Ach. Nase juckt. Oh, ich würde so gerne sprinten können. Nein. Geht auch nicht. Ja, geht mal unter die Treppe. Und schämt euch. Kann ich auch irgendwie behilflich sein? Nee, guck mich so blöd an. Wie ein trauriger Hund, der was zu essen haben will. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann mich nicht hinein. Das ist ja cool. Wow, wow. Was ist er denn? Ist er runtergerannt? Lauf mir doch nicht an. Vor die Flinte, ey. Ich weiß nicht, was von Schrader hier hier macht. Intel sagt, ein deutsche General namens Kappelhoff ist mit ihm irgendwie linken. Ich gehe nach vorne, um die Linie zu checken. Niemand von dem fühlt sich richtig. David Kappelhoff Reach American Command Post and destroy King Tigers. Das sind doch Panzer. Volker Kappelhoff. Ich weiß nicht, was die Deutschen hier für Drogen genommen haben, aber wir haben echt viel Energie. Das kann auch nicht nur Adrenalin sein. Sag mal. Ist natürlich klar, dass ich ausgerechnet will ich nachladen muss, dass der dann stehen bleibt. Was schießt denn hier? Ich höre doch... Da oben habe ich was zu bewegen sehen, sich. Satzbau nicht vorhanden. Hehehe. PAMPS! Hehehe. PAMPS! 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 Oh, ich stehe schon direkt am Panzer. Okay, fuck. Ja, ich kam gerade mit der Störung überhaupt gar nicht zurecht, ne? Ich stehe da unten blöd rum dem her. Äh, wie war noch mal bücken? Ähm, äh, okay, ich sollte langsam mal zielen. Ähm, äh... Äh, der ist schon gut unterwegs, der Penner, ne? Groß Brenner ist ein Penner. Da muss ich wohl irgendwas in die Luft sprengen. Ich hatte jetzt gerade nicht so ganz aufgepasst. Das ist wohl Town Bridge. Okay. Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Bambcar! Hier istológ Hammer! Wir sind immer noch auf dem Fang! Hih, 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 Hih. Oh mein Gott, ich habe schon zum Gewehr. B compartt, uh Quan! Woher? Woher? Wer und woher? Oh! 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Du kleine Ratte. Ein kleines Arschloch. Wer hat jetzt mal so freundlich und will mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Ja, okay. Wir tapen uns im Endeffekt, ne? Ist halt so. Ja, nur nett, wenn du schnell genug nachladen würdest. Buh! Was? Warum denn schon wieder? Willst du mich verarschen? Wie viele Panzer sind hier unterwegs? Get down! Und schon wieder geht der Schild ab. Fall back to the American Command Post. Okay, okay, okay. What the fuck? Okay, fuck, 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 fuck. Alter, was geht denn hier ab? Ha! 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 Okay, Moment. Was war das denn? Hä? Okay. Ich bin raus. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich komme ganz leise von hinten. Sage Hallo. Das ist ja mein Freund. Ich hab mich jetzt so cool gehalten, ne? Wollte die Explosion noch sehen. Ah, okay, der kommt so. Habe ich jetzt meine Kollegen mit in die Luft gejagt? Ich hoffe doch nicht. Das wäre keine Absicht gewesen. Oh no. Mission completed. Oder complete. Wie man es nimmt. Ah, hier ein kleines Video. Mit einem einzigen Hammerschlag. Da war es gerade. Hammerschlag. Gefällt mir. Eine Wiederbelebung mit null Medikids. Das ist doch... Das ist doch genau so, wie ich das habe. Schreib mich noch nie mal an, Mensch. Bin doch auch nervös. Wenn ich da sage, wir können jetzt erstmal hier mit ein bisschen rumspielen. Alter. Dat nennt ich mal ein Ballermann, oder? Der kann aber richtig werden. Ei, 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 ei. Scheiße. Ich muss von hinten ran. Muss zwar nicht zerstören, aber ist gleich mal sinnvoll. Oh, fuck. Okay. Antonalina war auch schon wieder. So. Hüftschuss. Fuh. Sag mir, wie viel Schuss hast du im Magazin, Jungen? Nein! Oh, ich war aber auch zu erpichter darauf, diese verfickte Energie zu kriegen, ne? Aaaaaaah. Hi, der Witzgeil. Also die Mission hat's richtig drauf. Und wenn es darum geht, mich zu bumsen, kriegt's ja hin. Ha, 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 ha. Schalalala. Schalalala. Ihr seid so schlecht. Ragu? Lecker. Da ist noch einer. Sag ich aber traurig, hier auf dem Friedhof zu kämpfen, ne? Grabstein zu simulieren. Moralisch fragwürdig. Komm jetzt noch mal ein Stück rum, bitte. Ich treffe euch so nicht. Ja. Ich kann Neumann doch nicht töten. Destroy Railgun. Schienengeschütz. Geil. Walter Neumann. Kann ich ja, kann ich ja nicht machen. Er ist schon mein Urgroßvater. Ach, geh mal nicht auf den Sack. Ich muss Goldmedaillen verdienen. Oh, kannst du so gut schießen, wenn ich nicht? Ähm. Ist da was? Ich rückgreif's nicht, sorry. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Haben wir ja jetzt soweit begriffen. Irgendwie bewege ich mich nicht von der Karte weg, kann das sein? Ach, ich hab gedacht, ich wär der Gelbe. Ich bin so ein Spacko. Oh mein Gott. Sorry. Mein Fehl. Ha, 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 ha. Ich dachte, ich bin der Gelbe. Ah. Aber das Gelbe ist doch der Ziel. Der Gelbe feiert jetzt. Hä, warum bewege ich mich denn nicht von der Karte? Wie groß ist denn die Karte? Gut, der ist echt ein Geniestreich. Ah, ha, 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 ha. Na ja, gut. Dies passt schon. Ist ja eigentlich tatsächlich eine recht angenehme Mission. Auch wenn jetzt hier irgendwie gerade alle Kameraden fallen. Warum auch immer. Ist da jemand passend? Hab ich was verpasst? Ist das ein Minenfeld oder sowas? Okay, der Anfang war ziemlich gut. Muss ich wissen. Das ist der beste Anfang bisher, den ich hatte. Aber es kann ganz schnell ändern, sich. Weil sobald hier einer ankommt, angelaufen kommt und mich umbringen möchte, ist Essig. Ach, sorry, Nasium. Ach. Geh mal einmal runter hier. Das Sprengstofflager. Na gut. Ist ja richtig befüllt. Find an Infiltrate German Underground Bunker. Eliminate von Schraler und Feind von Schralers Journal. Okay. Ja, Alter, weil der Spacko mir schon wieder in die Ziellinie rumrennt, ey. Boah, könnte ich den aber auch manchmal, ne? Das ist einfach nur dumm, ist das. Kannst du mal mal aus der Sonne gehen, Kollege? Ah, hat nicht getroffen. Der ist irgendwie tot. Ey, du hast mir den Kegel geklaut, Mann. Du Penner, echt, ey. Na, ich gönne es hier. So. Bleh. Geht unsert Nebelwürfer. Das finde ich gut, ey. Geht unsert Nebelwürfer. Geht unsert Chopper. Ey, brauche, ey, Hilfe, ey, hier. Welcome to Bono's Garage. Ich bin ja aus dem richtigen Weg gegangen. War gar keine Absicht. Warum ist das hier wieder so windig? Aber wisst ihr was? Ihr bleibt mal hier. Nein, ihr bleibt mal da. Ich hab keinen Bock auf euch. Gut. Ich fress mal so ein Stück Brot. Shit, 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 shit. Ah, das sind die Partisanen. Okay. Hey, was geht, Junge? Wer sind denn sie? Die gelben Engel. Bazooka, bazooka, bazooka. Bazooka, bazooka, bazooka. Uah. Ich würde da bitte einmal aus dem Weg gehen. Ach, nur eine rote Leuchte. Ui. Ich mag das voll, wie die sprechen. Also immer Deutsch halt, ne? Ja, aber die machen das wirklich so richtig panisch und Stress. Weg von der Tür! Boah, wenn wir hier die Kugel um die Ohren fliegen, ne? Schon uncool. Da ist ein bisschen Granate. Destroy the sweet tiger. King tigers. Entschuldigung. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich da hingekommen bin überhaupt. Alter, was ist denn mit dir? Entschuldigung. Was ist denn mit dem passiert? War das eine mumifizierte Leiche? Also nicht, dass ich das geil finde. Also wenn ihr mal wollt, könnt ihr mal gucken, wie viel die BAR gewogen hat. Ja, welche Ausführung denn? Die Men of Honor Ausführung. So. Ein bisschen schneller, bitte. Nee! Geilhaft! Yes! Ja! Reinforcments have arrived! The Germans are on the run! The Krauts are falling back to Berlin. Our forces will be right behind them. Will you be following the action? Yeah. I'll be there. Then let's give them hell. Carry on, Lieutenant. Sir. That was a long time ago. For a lot of my buddies, the war was over. Some of them went home. Most didn't make it. When people ask me if I was a hero in the war, I think about the ones who were left behind. They were the heroes. I don't know how I survived, but I did. So I keep their memory alive. I owe it to them. We all do. For what they did.